Wir setzen im Act-Daffinity-Prozess sehr stark auf die kollektive Intelligenz, welche im Unternehmen vorhanden ist. Der Act-Daffinity-Prozess selber ist ein klar strukturierter Prozess mit eindeutig zugewiesenen Verantwortlichkeiten. Und da gibt es in der ersten Phase die Definition der strategischen Absicht durch das strategiegebende Gremium. Das ist richtig so. Das sind die Leute, die letztendlich das Schicksal der Firma verantworten, die in ihrem Kreise sagen, wohin soll die Firma gehen, was soll die Firma kurz, mittel, langfristig werden. In der zweiten Phase und in der dritten Phase allerdings, da sind andere Leute Experten. Da ist es nicht mehr das Top-Management, sondern da sind die Leute, die heute im Betrieb drinstecken und all diese feinen Sensoren haben und dieses Wissen aus der Operation, wo man stark ist, wo man schwach ist. Das sind die Leute, die nun verstehen müssen, was die strategische Absicht ist und in dem Sinn ihre persönlichen Kraftvektoren auf diese Strategie auszurichten haben. Aber es sind gleichzeitig die Leute, die dann, wenn um einen Tisch versammelt, das Maximum an Praxiswissen, praktischem Wissen zur Umsetzung, zur Umsetzungsmöglichkeit und zu den Umsetzungsfähigkeiten des Unternehmens vereinen. Wenn die Projektleiter, das Programmmanagement und die Projektleiter und die Subject Matter Experts sorgfältig ausgewählt wurden, dann gibt es keine andere Gruppe, sei es im Unternehmen oder ausserhalb des Unternehmens, das so viel Intelligenz am Tisch repräsentiert als dieses Projektteam, Programmmanagement und die unterschiedlichen Projektteame. Und das gilt es zu respektieren. Und darum sind wir der Meinung, wenn die strategische Absicht einmal definiert ist, müssen Programmmanagement und Projektleiter eine sehr hohe, im Rahmen dieser strategischen Absicht, eine sehr hohe Autonomie erhalten. Das sind die Leute, die die Dinge durchdiskutieren, auf unser Unternehmen bezogen und die auch wissen, wie sich unser Unternehmen entsprechend wandeln lässt, damit diese strategische Absicht umgesetzt wird. Und das ist eine klare Absage an Strategien, Umsetzungsstrategien, die von aussen kommen. Wir glauben daran, dass die Intelligenz, die es braucht, um Wissen zu schaffen in unserem Unternehmen, in Ihrem Unternehmen, dass die bereits im Unternehmen vorhanden ist. Und wir sehen uns lediglich als Partner im Prozess, die helfen, diese Intelligenz auf den Tisch zu bringen und aus ihr Wissen zu machen. Kollektives Wissen. Nicht individuelles Wissen, sondern kollektives Wissen. Und dieses kollektive Wissen nutzen wir, um die strategische Absicht umzusetzen. Es gibt kein stärkeres Mittel, als die besten Leute in ihrer Intelligenz gefordert, an einem Tisch zu vereinen, den Wandel zu planen und die gleichen Leute dann in der Umsetzung, mit der Umsetzung zu beauftragen. So funktionieren strategische Veränderungsprozesse erfolgreich. So funktionieren strategische Veränderungsprozesse und die